Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, sind 54% der Landesfläche Deutschlands zu einem Teilgebiet geworden. Auch Sie leben in einem Teilgebiet, aber was bedeutet das für Sie? Im Folgenden erklären wir Ihnen, warum Ihre Region ein Teilgebiet geworden ist. Die BGE sucht ein Endlager in tiefem Untergrund. Dort sollen die gesamten hochradioaktiven Abfälle Deutschlands dauerhaft und sicher lagern. Mindestens für eine Million Jahre sollen die Abfälle von Mensch und Umwelt abgeschlossen sein. Dafür sind wir als Gesellschaft gemeinsam verantwortlich. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Auf der Weißen Landkarte wurden 90 Teilgebiete identifiziert, die näher untersucht werden sollen. Diese wurden in drei Schritten ermittelt. Erstens Ausschlusskriterien. Nur solche Gebiete werden weiter untersucht, die nicht aus einem der sechs im Standortauswahlgesetz benannten Gründe ausgeschlossen werden. Darunter fallen zum Beispiel seismische Aktivitäten und Vulkanismus. Zweitens Mindestanforderungen. In Frage kommen nur Regionen, in welchen eines der drei Wirtsgesteine, Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein vorhanden ist. Außerdem müssen die Gebiete weitere Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindestabstand zur Erdoberfläche sowie eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Drittens Geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Alle identifizierten Gebiete werden Gegenstand einer geowissenschaftlichen Abwägung. Gebiete, die günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten lassen, sind im Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht worden. Hier stellen wir Ihnen das Teilgebiet 02200 vor. Es befindet sich im Salzstock Werle. Ein Großteil des Teilgebiets befindet sich im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns, östlich der Stadt Grabow. Ein kleiner Bereich des Teilgebiets erschreckt sich im Nordwesten Brandenburgs. Der Salzstock Werle befindet sich im östlichen Teil des norddeutschen Beckens. Das Teilgebiet besteht aus Gesteinsformationen mit dem Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung. Das Wirtsgestein besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es kann Risse im Gestein unter Druck heilen, sie also selbst wieder verschließen. Steinsalz ist nahezu undurchlässig und hat eine hohe Eigenstabilität. Weniger gut ist die hohe Wasserlöslichkeit von Steinsalz und das geringe Rückhaltevermögen gegenüber Radionukleiden. Im Untergrund Norddeutschlands existieren mehr als 400 Salzstöcke. Der Salzstock Werle ist einer davon. Er besteht unter anderem aus Steinsalz. Es ist vor rund 255 Millionen Jahren durch Verdunstung aus einem flachen Meer entstanden. Das Meer wird als Zechsteinmeer bezeichnet. Im Laufe der weiteren geologischen Entwicklung ist das Steinsalz entlang von Schwächezonen aufgestiegen und hat sich zu steil stehenden Salzstöcken geformt. Zur Ermittlung der Teilgebiete wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet. Um den Seilstock Werle sind Gebiete durch die Ausschlusskriterien, Bohrungen, Bergwerke und aktive Störungszonen ausgeschlossen worden. Zum Ausschluss genügt die Erfüllung eines Ausschlusskriteriums. Zu den aktiven Störungszonen zählen auch sogenannte Scheitelstörungen. Das sind Störungen, die durch den Aufstieg des Seils gebildet wurden und sich oberhalb des Seilstocks befinden. Diese für Seilstöcke spezifischen Störungen führen nicht zu einem Ausschluss. Im nächsten Schritt wurden die Mindestanforderungen auf die verbliebenen Gebiete angewendet. Die Bearbeitung erfolgt mithilfe von 3D-Modellen des Untergrunds für den gesamten Zechstein. Die Mindestanforderungen gelten alle als erfüllt. Das Gebiet hat eine Fläche von 46 Quadratkilometern und ist maximal 920 Meter mächtig. Die Tiefe liegt zwischen 590 und 1500 Metern unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Zusammensetzung der Zechsteinformationen sind ausreichend große Bereiche für die Entlagerung hochradioaktiver Abfälle mit einer sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit zu erwarten. Das Ergebnis nach Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen ist ein identifiziertes Gebiet. Im nächsten Schritt findet die geowissenschaftliche Abwägung statt. Mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird bewertet, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Mithilfe von elf Abwägungskriterien wurde jedes Gebiet bewertet. Zur Bewertung von acht dieser Kriterien wurden Referenzdatensätze herangezogen. Das sind Literaturwerte, bekannte Eigenschaften des Steinsalzes. Es wurden günstige Werte angenommen, bis entsprechende gebietspezifische Daten vorliegen. Das verhindert, möglicherweise geeignete Gebiete schlechter zu bewerten, als sie es tatsächlich sind. Kriterium 1 bewertet den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist der Bereich im Gestein, in dem die hochradioaktiven Abfälle eingelagert werden könnten. Der Transport soll so gering wie möglich sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 4 bewertet die langfristige Stabilität. Die günstigen Verhältnisse sollen sich über einen möglichst langen Zeitraum nicht ändern. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 5 bewertet die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 6 bewertet die Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten. Das Gestein soll möglichst wenig Klüfte oder Risse aufweisen, damit sich radioaktive Stoffe möglichst nicht aus dem Endlager herausbewegen können. Die Neigung soll möglichst gering ausfallen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 7 bewertet die Gasbildung im umgebenden Gestein. Die Gasbildung soll möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 8 bewertet die Temperaturverträglichkeit. Dabei sollen temperaturinduzierte Änderungen der Gesteinseigenschaften möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 9 bewertet das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das Rückhaltevermögen soll möglichst hoch sein. Die Bewertung ist nicht günstig. Kriterium 10 bewertet die hydrochemischen Verhältnisse. Die Zusammensetzung des Tiefenwassers soll sich nicht negativ auf die Rückhaltung der Radionukleide auswirken. Die Bewertung ist nicht günstig. Eine individuelle Bewertung für das Gebiet fand für drei Abwägungskriterien statt. Kriterium 2 bewertet die Konfiguration des Gesteinskörpers. Der Gesteinskörper soll dabei ein möglichst hohes Einschlussvermögen aufweisen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 3 bewertet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren. Die Eigenschaften sollen möglichst zuverlässig ermittelbar und übertragbar sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 11 bewertet den Schutz durch das Deckebirge. Das Deckebirge soll den einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglichst lange schützen. Die Bewertung ist günstig. Unter dem Strich, insgesamt ist für das identifizierte Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation zu erwarten. Das Gebiet wurde deshalb als Teilgebiet ausgewiesen. Wie geht es weiter? Die Teilgebiete werden weiter untersucht und mit verschiedenen Methoden eingegrenzt. Die BGE macht dann einen Vorschlag für Standortregionen, die über Tage erkundet werden sollen. Die zuständige Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, prüft diesen Vorschlag. Nach Zustimmung des Bundesgesetzgebers finden über- und in einer späteren Phase untertägige Erkundungen statt, damit der bestmögliche Standort bis 2031 feststeht. Die Öffentlichkeit begleitet den gesamten Prozess. Sie kann ihre Anliegen beispielsweise in der Fachkonferenz Teilgebiete vorbringen, die vom BASE organisiert wird. Dieser Prozess lebt vom Austausch, vom Dialog. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns darauf. Wir versprechen Ihnen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Online-Sprechstunde zum Teilgebiet 02200. Schön, dass Sie heute Abend hier sind, um mehr über das Teilgebiet zu erfahren und mit uns zu sprechen und zu diskutieren. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich Ihnen einmal erläutern, wie Sie mit uns in Kontakt treten können. Sie haben dazu insgesamt drei Möglichkeiten. Die erste ist der YouTube-Chat. Der befindet sich in der Regel rechts von dem Bildschirm. Wenn Sie einen kleinen Bildschirm haben, gegebenenfalls auch unter dem Videofenster. Und da können Sie sich, wenn Sie angemeldet haben, uns Ihre Fragen, Kommentare, Anmerkungen direkt reinschreiben. Die werden direkt von allen gesehen und von uns dann entsprechend auch aufgegriffen. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse dialog.atbge.de. Dabei haben wir eine Bitte. Wir haben ja mehrere Online-Sprechstunden parallel. Damit wir Ihre E-Mail richtig zuordnen können, bitten wir darum, dass Sie die Teilgebietskennung oder Nummer, das ist die 02200, in die Betreffzeile schreiben, damit wir das entsprechend zuordnen können. Die Kolleginnen und Kollegen in der Regie übernehmen Ihre Frage dann in den Chat, sodass wiederum alle Sie sehen können und wir Sie in die Diskussion einbringen können. Und alternativ dazu können Sie uns auch gerne anrufen. Die Telefonnummer wird gleich unten noch einmal eingeblendet und Sie finden diese auch im Chat. Ja, das sind die Möglichkeiten, wie Sie mit uns in Kontakt treten können. Und ja, ich kann nur sagen, wir freuen uns auf möglichst viele Fragen und Kommentare. Die machen diese Veranstaltung erst so richtig spannend. Insofern sind Sie ja herzlich eingeladen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, schreiben Sie uns gerne. Und damit sage ich einmal Hallo in die Runde an meine zwei Kollegen aus dem Bereich Standortauswahl, die uns heute hier fachlich begleiten. Hallo. Ja, wir haben jetzt diesen kurzen Film gemeinsam gesehen über das Teilgebiet, um uns so ein bisschen gemeinsam abzuholen und alle auf denselben Stand zu bringen. Vielleicht können wir das noch ein Stück weit vertiefen und noch mal auf ein paar Details eingehen und dabei auch die erste Frage, die gerade reingekommen ist, vielleicht direkt mit aufnehmen. Sie lautet, guten Abend, ist das richtig, dass der Salzstock vollständig vom oberen Jura überdeckt ist? Und wenn wir schon dabei sind, könnt ihr vielleicht in allem noch erklären, was eigentlich oberer Jura bedeutet. Wer mag bitte gehen? Ja, ich fange einfach mal an. Wir haben gerade gesehen, das Teilgebiet liegt im Grenzgebiet von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern und im Nordwesten von Brandenburg, fünf Kilometer bis Grabo, der nächsten größeren Stadt. Das Teilgebiet liegt innerhalb der Salzstruktur Werle und ist relativ groß für Teilgebiete im Wirtsgestein im Steinsalz in steiler Lagerung mit 46 Quadratkilometern. Wir haben einige Ausschlusskriterien, die hier greifen und dieses Gebiet beeinflussen. Da kommt bestimmt gleich noch mal die Karte aus der technischen Regie. Ich fange dennoch schon mal an. Wir haben hier typisch, was normalerweise immer sehr typisch ist über Salzstöcken, keine Scheitelstörungen. Zumindest haben wir die anhand unserer bisherigen Datengrundlagen nicht identifizieren können, beziehungsweise nicht als aktiv klassifizieren können. Wäre in dem Fall aber auch nicht so tragisch für dieses Teilgebiet, weil Scheitelstörungen entstehen beim Aufstieg von diesen Salzmassen und stören das darüber liegende Deckgebirge. Und in dem Fall ziehen die sich nicht weiter in dieses Salz und daher ist da auch kein Ausschluss durch aktive Störungszonen gegeben. Was wir allerdings haben, sind hier ein paar Bohrungen, die innerhalb dieses Teilgebiets liegen. Die werden mit 25 Meter um den Bohrpfad herum ausgeschlossen und kann man hier leider nicht darstellen, weil der Maßstab das nicht zulässt. Wir haben keine Ausschlüsse durch Bergwerke, durch Seismizität, vulkanische Aktivität, großräumige Vertikalbewegungen und wir haben bisher keine Daten zu jungen Grundwasseralter und daher auch keinen Ausschluss aufgrund dieses Kriteriums. Da würde ich gerne noch ein bisschen was zu den Mindestanforderungen sagen. Und zwar wurden die angewendet anhand von geologischen 3D-Modellen. Das ist in dem Fall von Brandenburg das Brandenburg 3D-Modell. Im Falle von Mecklenburg-Vorpommern lag uns zur Bearbeitung kein geologisches 3D-Modell vor. Das heißt, wir haben hier auf einen Datensatz zurückgegriffen, den INSBE-Bericht der BGR, also der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die haben diesen Bericht in Gemeinschaft mit der Leibniz-Universität Hannover und KBB Underground Technologies GmbH entwickelt und ein Teil dieses Berichts sind vier Niveauschnitte. Das heißt, es sind wie Ausschnitte aus den Tiefenlagen. Das ist einmal bei 500, 1000, 1500 und 2000 Metern. Also aus diesen vier Tiefen kennen wir den Ausmaß dieser Salzstruktur. Aus diesen vier Kurven, also aus diesen Ausbreitungsflächen, haben wir eine neue Fläche erstellt in der entsprechenden Software und dort eine eigene Hüllfläche erstellt. Das heißt, es ist eine Fläche, die sozusagen diesen Salzkörper einhüllen soll, also die Grenze zwischen Salz und dem Neben- oder Deckgebirge repräsentiert. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wir haben auf der einen Seite irgendwie ein Modell und auf der anderen Seite ein anderes Modell, passen jetzt so ineinander wie zwei Puzzlestücke oder ist das Kraut und Rüben? Im Idealfall passt es zusammen wie zwei Puzzlestücke. Wie wir aber hier in diesem Video gesehen haben, sind hier doch sehr große Unterschiede zu erkennen. Das sind hier im Bereich von 10er Metern, vielleicht sogar 100, das weiß ich jetzt nicht im Detail. Liegt einfach daran, dass wir auf der einen Seite ein geologisches 3D-Modell hatten. Das heißt, da sind sehr viele Daten eingeflossen, um diesen Salzkörper zu definieren, also diese Fläche zu erstellen und auf der anderen Seite eben nur dieses sehr rudimentäre, selbst erstellte Modell aus diesen tiefen Lagenkurven zu generieren. Das sieht jetzt in diesem Fall sehr wild aus, meines Erachtens nach, aber ich kann hier vielleicht auch schon mal ein bisschen vorweg greifen auf die nächsten Arbeitsschritte. Und zwar werden wir jetzt, und ich vermute mal, dass das bis Ende des Jahres passieren wird, werden wir ein neues geologisches 3D-Modell bekommen, das sogenannte TUNB-Modell, tiefer Untergrund norddeutsches Becken. Das ist aktuell noch in der Bearbeitung von den entsprechenden Landesbehörden der norddeutschen Bundesländer und gemeinsam mit der BGR. Das erwarten wir bis Ende des Jahres. Und da hätten wir dann einen Datensatz, der abgestimmt ist zwischen den beiden Ländern. Und da sollten dann, die sollten dann tatsächlich wie Puzzlestücke, wie Schlüssel und Schloss zusammenpassen. Also da wird sich dann gegebenenfalls nochmal an dem Modell ein bisschen was ändern, aber das sollte, oder das wird nicht die Erfüllung der Mindestanforderungen ändern, weil sie sind jetzt schon auf beiden Seiten der Grenze erfüllt. Das heißt, also es ist zwar unschön, so wie es aktuell aussieht, aber es ist, jetzt kann man jetzt schon sagen, dass auf jeden Fall an beiden Seiten die Mindestanforderungen erfüllt sind. Das heißt, es wird sich nichts an dem Teilgebiet ändern, an der Größe wird sich gegebenenfalls ein bisschen was ändern, an der Mächtigkeit, aber im Großen und Ganzen wird es da so bestehen bleiben. Jetzt bin ich ein bisschen raus, Moment. Ja, würde ich vielleicht nochmal ganz kurz was zu dem Mindestanforderungs, zu dem Gebiet sagen, was die Mindestanforderungen betrifft, und zwar der höchste Punkt dieses Teilgebiets liegt bei 590 Meter unter der Geländeoberkante. Hier eingepreist ist schon dieses kleine, der kleine Zusatzparagraf zu Steinsalz in steiler Lagerung. Dieses Würzgestein muss noch vorweisen, 300 Meter Salzschwebe darüber. Das heißt, überall in unserem Teilgebiet haben wir bereits 300 Meter Salz darüber und dann beginnt erst das Deckgebirge. Das heißt, der höchste Punkt der Salzstruktur liegt bei 290 Meter unter der Geländeoberkante. Die maximale Mächtigkeit, die sich dann daraus ergibt, sind 900 Meter bis zur Unterkante unseres Suchraums bei 1500 Meter unter der Geländeoberkante. Das heißt, hier sind alle Mindestanforderungen erfüllt und gleichzeitig wurde das Gebiet vorher nicht durch ein Ausschlusskriterium ausgeschlossen und damit ist es zu einem identifizierten Gebiet geworden und das ist der Gegenstand der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Okay, da gibt es direkt zu einer Nachfrage. Höchster Punkt 590 Meter unter GOK, also Geländeoberkante? Richtig, des Teilgebietes. Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Der höchste Punkt der Salzstruktur ist 290 Meter unter Geländeoberkante. Dann ziehen wir immer qua Gesetz 300 Meter ab als zusätzlichen Sicherheitspuffer. Ganz genau. Und sind dann beim Teilgebiet bei 590 Meter unter Geländeoberkante. Exakt. Okay, ich hoffe, wir haben die Frage richtig beantwortet. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. Und wir machen in der Zwischenzeit einfach weiter. Mein Kollege sagt jetzt bestimmt noch eine Kleinigkeit über die geowissenschaftliche Abwägung. Da habe ich nämlich auch eine schöne Frage zu. Ja, okay. Soll ich erst starten? Ja, ja, wir starten erst mal und dann lassen wir das einfließen. Genau, wie mein Kollege gerade gesagt hat, nach der Anwendung der Mindestanforderungen kommen wir zu einem identifizierten Gebiet. Es hat alles erfüllt. Keine Ausschusskriterien haben gegriffen. Und somit haben wir das identifizierte Gebiet. Und durch die geowissenschaftliche Abwägung bewerten wir jetzt, ob es zu einem Teilgebiet kommt. Das haben wir hier gemacht. Es gibt elf Kriterien der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Der Film hat das vorhin kurz gezeigt. Acht davon bewerten wir pauschal per Referenzdatensätze. Und drei in jedem Gebiet mit Steinsalz in steiler Lagerung bewerten wir mit gebietspezifischen Daten, weil uns diese schon vorlagen. Das ist in diesem Fall das Kriterium zwei, die Bewertung zur Konfiguration des Gesteinskörpers. Kriterium drei, die Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit. und das Kriterium elf. Da geht es um das Deckgebirge und zwar, ob es dort Erosionshemde und Grundfall, also Wasserhemde, Gesteine vorliegen. Das ist in diesem Gebiet sind alle drei Kriterien mit günstig bewertet. Und somit liegt hier auch eine günstige geologische Gesamtsituation vor. Das bedeutet, aus dem identifizierten Gebiet ist ein Teilgebiet geworden, das wir mit aufgenommen haben. Okay, dann komme ich jetzt mit meinen Fragen. Einmal müssen wir nochmal zurückkommen auf die Frage, die wir schon vorgestellt haben, aber noch nicht richtig beantwortet haben. Ist es richtig, dass der Salzstock vollständig vom oberen Jura überdeckt ist? Und in Ergänzung dazu, meine Ergänzung für alle, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, was bedeutet eigentlich oberer Jura? Ja, würde ich vielleicht kurz loslegen. Der obere Jura ist eine Zeiteinhalt in der biologischen Geschichte. Jetzt muss ich ganz kurz spicken, wie alt er ist. Ober Jura. Ich sage jetzt eine Hausnummer 150 plus minus zehn Millionen Jahre alt. Und zur Frage, ob das flächendeckend über dem Salzstock verbreitet ist, dazu kann ich tatsächlich jetzt gerade nichts sagen. Wir haben hier einen Schnitt aus dem geologischen 3D-Modell generiert. Das ist aus Brandenburg. Allerdings ist das ein bisschen ein kurioses oder kein kurioses Modell, aber es hilft jetzt erstmal nicht bei der Beantwortung der Frage, weil hier die Schichten nicht an Stratigraphien, also an chronostratigraphischen Zeiteinheiten gebunden sind, wie zum Beispiel das Oberjura, sondern anhand von seismischen Reflektoren. Das Einzige, was uns hier vielleicht in einer gewissen Form hilft, wäre die Tatsache, dass ich sehe an diesem Teilgebiet, dass wir eine Überdeckung durch zwei weitere Teilgebiete haben, einmal tertiäres Tongestein und einmal prätertiäres Tongestein. Ich weiß es jetzt nicht im Detail, ob dieses prätertiäre Tongestein, ob dieser Tonstein ein oberjurassischer Tonstein ist, könnte sein, aber hier sehe ich auf jeden Fall eine Lücke auf Brandenburger Seite. Also wir würden die Antwort nachliefern, möglicherweise nicht. Okay, und wir haben noch eine Frage zu den, oder wir haben eine Frage zu den geologischen Abwägungskriterien. Warum sind bestimmte Indikatoren nicht anwendbar? Das sind einzelne Indikatoren bei den Kriterien 1, 2 und 6, die in den zusammenfassenden Bewertungen, in diesen grafischen Darstellungen blau markiert sind und was bedeutet das eigentlich? Ja, sage ich noch mal, ich erkläre da noch mal ein bisschen, wie wir da vorgegangen sind. Also erst mal geht es, glaube ich, weiß nicht, ob es nur um die Indikatoren oder allgemeine Kriterien geht, weil wir haben, also ich habe es noch mal kurz erläutert, wir haben drei Kriterien mit ortspezifischen Daten angewandt, weil wir diese Daten vorliegen hatten. Acht Kriterien haben wir auf Basis von Referenzdatensätzen. Da hole ich noch mal kurz ein bisschen aus. Das sind Datensätze, die wir ermittelt haben auf Basis von wissenschaftlicher Literatur und von Erfahrungswerten, die unter anderem aus dem Bergbau vorliegen, sodass wir hier realistische Werte annehmen konnten. Wir haben da eine große Recherche durchgeführt und haben somit alle Indikatoren, für die wir keine gebietspezifischen Daten vorliegen haben, auf dieser Basis erarbeitet, sodass wir diese in sämtlichen Gebieten anwenden konnten. Dabei gehen wir von einer erst mal günstigen Situation aus, sprich, wir befinden uns immer am oberen, in der oberen Skala der Parameter, die wir dort ermittelt haben, sodass ein Gebiet erst mal im weiteren Laufe des Verfahrens nicht rausfliegt, also nicht vom Anfang an schlechter bewertet wird, obwohl wir keine Daten haben und im weiteren Laufe des Verfahrens die Daten dann sukzessive erweitern, kann dieses Gebiet nur noch in der Bewertung gleichbleiben oder kann herabgestuft werden. Warum wir jetzt einige nicht haben, das ist genau die Erklärung, wir haben noch nicht für alle Kriterien diese gebietspezifischen Daten vorliegen. Das liegt uns tatsächlich erst für drei Kriterien vor und wir haben nur die Daten angewandt, die wir dann halt entsprechend auch, also nur die Daten ortsspezifisch angewandt, die wir auch schon vorliegen haben und das ist einfach der Grund, warum wir nur so wenige Kriterien bis jetzt hier ortsspezifisch bewertet haben. Was er mit der blauen Markierung meint, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht, weil ob das in das Video kommt, dass wir glaube ich, kann das sein, dass die acht Referenzdatensätze blau markiert waren? Das bezieht sich auf die Teilgebiete-Steckbriefe, wo wir ja, ich muss es mir selber einmal aufmachen, auf den Kompakt-Steckbrief, wo wir die Indikatoren ja farblich markiert haben, grün ist günstig, gelb ist bedingt günstig, rot ist weniger günstig, grau ist nicht günstig und blau sind die, die nicht anwendbar sind. Genau. Es gibt einige Indikatoren, die sind tatsächlich auch würzgesteinspezifisch. Es gibt zum Beispiel Indikatoren, die werden nur beim Tongestein angewendet. Es kann sein, dass diese Indikatoren damit gemeint sind. Das heißt, nicht jeder Indikator wird bei jedem Würzgestein angewandt. Das war blau bedeutet, genau blau in diesen Steckbriefen bedeutet, dass wir sie nicht angewendet haben, weil sie nicht anwendbar sind. Das heißt, das konnten wir ja diese auch nicht auf Basis von Referenzdatensätzen anwenden, sondern das müssten dann diese sein. Genauso wie es einen Indikator zum Beispiel gibt, der erst im weiteren Verlauf des Verfahrens angewendet wird. Den haben wir natürlich auch noch nicht betrachtet. Das ist zum Beispiel die Duktilität, die erst im Standortvergleich zum Tragen kommt. Okay, jetzt wird es noch mal ein bisschen komplex und wir müssen uns alle konzentrieren, weil es geht noch mal um die Täufe des Teilgebietes. Es gab ja diese Frage, okay, höchster Punkt 590 Meter unter Geländeoberkante. Jawohl. Dann habe ich hier den Kommentar dazu, das ist falsch. Der höchste Punkt des Teilgebietes liegt 930 Meter unter Geländeoberkante. Und mit Blick auf unsere Diskussion noch mal die Anmerkung eben Überdeckung durch prätertiäres Tongeschein und höchster Punkt des Salzspiegels bei 290 Meter unter Geländeoberkante. Man könnte merken, dass da ein Federbau euch liegt. Den letzten Satz, den mit dem prätertiären Ton müsstest du bitte noch mal für mich wiederholen. Okay, also wir hatten ja gesagt, das Teilgebiet geht von, startet bei 590. und hatten gesagt, die Struktur liegt aber bei 290. Ja. Und der Kommentar ist jetzt, wir haben eine Überdeckung durch prätertiäres Tongeschein und der höchste Punkt des Salzspiegels liegt bei 290 Meter unter Geländeoberkante. Unterkante. Man könnte merken, dass da ein Fehler bei uns vorliegt. Ja, kann ich nachvollziehen, weil wir ja auch den prätertiären Ton als Teilgebiet ausgewiesen haben und der dürfte ja nicht als Teilgebiet oder ja, als Teilgebiet ausgewiesen sein, wenn er nicht tiefer liegen würde als 300 Meter. Habe ich es richtig rumgesagt? Also als Teilgebiet muss es nominell schon mal tiefer sein als 300 Meter, noch 100 Meter Mächtigkeit haben. Das heißt, es kann nicht passen, wenn der Salzstock selber bis 290 Meter erreicht. Ja, kann ich nachvollziehen, macht rechnerisch keinen Sinn. Ich muss gestehen, ich habe hier jetzt gerade keine Antwort darauf. Ich müsste mir das dann noch mal näher angucken und ich würde vorschlagen, dass wir diese Frage dann auch schriftlich beantworten werden. Was ich mir vorstellen könnte, wo diese Diskrepanz herkommt, liegt hier vielleicht auch an den Eingangsdaten, weil hier diese Inspe-Schnitte, also diese Niveaus-Schnitte und das daraus erzeugte grobe geologische 3D-Modell hat natürlich nicht die Güte-Klasse eines wahrhaftigen geologischen 3D-Modells und es ist natürlich, also das ist dann eine Fläche im luftleeren Raum, wohingegen ein sauberes geologisches 3D-Modell beinhaltet dann natürlich alle anderen Flächen, das heißt auch die darüber und darunter liegenden Flächen. das heißt, hier haben wir sozusagen diese Fläche erstellt, aber wir, uns ist ein, dieses Mismatch, dass es nicht passt mit dem tertiären Ton, ist uns darüber nicht aufgefallen, weil wir eben diese Fläche nicht gleichzeitig im Modell hatten. Das könnte sein, dass das der Grund dafür ist, aber wir werden diese Frage auf jeden Fall beantworten, schriftlich und dann auch klarstellen. Okay, es gibt auch noch mal den Kommentar, in eurem eigenen Link stehen die 930 Meter unter Geländeoberkante. Ihr habt da eine falsche Zahl im Zwischenbericht. Das ist jetzt unabhängig von dem konkreten Fall in der Tat ein Punkt, das passiert oder ist uns an einigen Stellen in der Tat passiert, dass es Übertragungsfehler gegeben hat oder andere Fehler. Der Zwischenbericht ist ja ein relativ dickes Werk, der liegt hier auf meinem Schreibtisch Man sieht das ja, das ist schon an sich relativ viel, aber das ist ja nur die Zusammenfassung der Synthesebericht und das eigentliche Werk sind ja viele tausend Seiten mehr mit den ganzen untersetzenden Unterlagen, wo die ganzen Details drinstehen und in der Tat sammeln wir Fehler, wenn man so möchte und werden die auch in einem eigenen Dokument zusammenfassen, um sie zu korrigieren und nachvollziehbar zu machen. Da arbeiten wir gerade dann dran und wenn wir soweit sind, werden wir das veröffentlichen und dann kann man all diese Fehler nochmal korrigieren und nachvollziehen und insofern sind wir immer total dankbar, wenn wir auf solche Fehler hingewiesen werden, denn am Ende sind das ja diese Fehlerkorrekturen, die uns im weiteren Verfahren auch helfen und uns besser machen und in dem Sinne werden wir das prüfen und ihnen dann eine Rückmeldung zukommen lassen und zwar werden wir das einstellen in den Kommentar direkt unter dem YouTube-Video. Die Online-Sprechstunde wird ja dauerhaft verfügbar bleiben. Auch der Chat, das dauert irgendwie nach der Online-Sprechstunde immer ja so ein, zwei Stunden, bis der Chat wieder auftaucht, systemseitig, aber der Chat wird dauerhaft dort zu finden sein und unsere Antwort auf diese Frage werden Sie dann entsprechend nicht im Chat finden, der ist dann ja geschlossen, sondern in den Kommentaren unter dem Video. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für diesen Hinweis. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Kritik. Ich hätte jetzt aber schon gedacht, dass die Experten, die hier anwesend sind, schon ein bisschen mehr über das Teilgebiet wissen als das, was im Zwischenbericht steht. Das können wir, glaube ich, nachvollziehen und das ist ja total in Ordnung die Kritik und ja, gleichzeitig ist es so, wir haben 90 Teilgebiete, wir haben sehr viele jeden Abend und insofern ja, bitten wir da um Verständnis, dass wir da natürlich bei der großen Masse an Teilgebieten nicht immer jedes kleine Detail immer sofort parat haben. Nochmal den Hinweis, Hauptsache, ihr korrigiert das im Zwischenbericht. Wie gesagt, das wird in der Tat passieren. Also wir werden nicht den Bericht neu schreiben, sondern es wird ein separates Dokument geben, wo die Fehler entsprechend aufgelistet werden und so nachvollziehbar gemacht werden. Im weiteren Verfahren werden dann die Fehler natürlich auch berücksichtigt und korrigiert. Okay, so, jetzt muss ich mal gucken, was wir hier noch so an Themen im Chat haben, unabhängig von der Teufel unter Gelände Oberkante. Wir haben noch eine Frage zum Salzstock, nämlich ist so ein Salzstock ein homogenes Gebilde? Nee, ist es nicht. Also fange ich mal an. Ein Salzstock besteht zu einem sehr großen Teil aus Halit, also aus Steinsalz, Nathriumchlorid, aber es sind immer Beimengungen mit dabei. Das können zum Beispiel Karbonate sein, es können Sulfate sein, wie Gips und Anhydrit. auch hier der Mengenanteil ist immer ein bisschen schwer von außen und ohne reinzubohren oder ein Bergwerk reinzubauen, schwer zu bestimmen, weil man nicht so wirklich viele Methoden hat, die das wirklich sauber auflösen können im Maßstab, der da wirkliche Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen den Mineralen gibt. Es ist jetzt hier in dem Fall ist es ein reines Zechstein-Salinar, das heißt, man hat hier auf jeden Fall schon mal keinen rotliegenden Salinar mit dabei. Das ist bekannt dafür, dass es zum Beispiel sehr große oder sehr mengenmäßig sehr viele Tonbestandteile hat in dem Salz. Das ist dann ein sogenanntes Haselgebirge, also eine Mischung aus Salz und Ton. Das ist jetzt hier schon mal nicht zu erwarten, aber es ist natürlich so, dass wir hier auch Beimengungen an Karbonaten und Sulfaten auffinden werden. hat jetzt aber in der Phase, in der wir jetzt aktuell sind, noch keinen Einfluss auf unsere Arbeit gehabt, weil wir hier jetzt erst mal davon ausgegangen sind, dass wir in dem Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung sind und dass dieses für diesen ersten Schritt erst mal annäherungsweise aus 100% Steinsalz besteht. Diese Unterscheidung von oder diese Gütegrade oder Beimengung oder sonstige Bestandteilung, das wird natürlich eine zunehmend größere Rolle spielen in dem Verfahren. Wir werden jetzt natürlich noch mal spezifischer Daten abfragen, um diesen Salzstock näher zu beschreiben und dann wird auch in Phase 2, wenn es dann in Richtung der Erkundung geht, werden wir hier natürlich auch Versuche unternehmen, den internen Bau, die interne Struktur der Salzstücke näher zu bestimmen. Okay, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt parallel noch mal ein bisschen gesurft und diese Angabe von uns von 930 Meter unter GOK gesucht und ich habe die ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht gefunden, sondern immer nur die 530. Insofern ist die Bitte, wenn Sie da den Link haben, wo das stehen soll, würde uns das total helfen bei der Beantwortung der Frage in den Kompaktsteckbrief und auch in dem längeren zum Teilgebiet habe ich die 930 zumindest nicht gefunden. Insofern, wenn Sie uns da helfen könnten, uns einmal die Fundstelle der 930 übersenden könnten, wären wir dafür total Ich hätte eine Mächtigkeitsangabe von 920 Metern. Die habe ich auch gesehen, genau. Ja, vielleicht nochmal den Fragesteller bitten, das klarzustellen. Oder Sie hören mich ja selber, Sie können bitte einmal klarstellen. Okay, ja, bis hierher möchte ich auf jeden Fall mal sagen, vielen Dank für die lebhafte Diskussion und die vielen Fragen. Das ist total gut, weil das macht es ja für uns spannend und interessant und für Sie hoffentlich auch in irgendeiner Form Nutz bringt. deshalb möchte ich noch mal auch die anderen die zuschauen aufrufen, stellen Sie gerne Ihre Fragen. Das macht es erst so richtig interessant und lebhaft und wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Und ja, es gibt eine Frage zum weiteren Verfahren. haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Da könnten wir gleich noch was dazu sagen. Aber erst haben wir noch eine Frage zur Salzstruktur, die machen wir vielleicht erst und kommen dann auf die Zukunft zu sprechen und auf das, was jetzt vor uns gemeinsam liegt. Ja, zu dem Salzstoff oder zu Salzstöcken allgemein. Da ist die Frage, Salzstöcke in steiner Lage sind durch Aufstieg entstanden. Findet diese Bewegung im Fall des Teilgebiets 022 weiterhin statt? Und wie stark ist diese Bewegung voraussichtlich in einer Million Jahren und nimmt dadurch Ja, würde ich mal kurz anfangen und meinen Kollegen bitten zu ergänzen. Also wie der Fragesteller schon richtig vermerkt hat, ist, dass dieses Salz aufgestiegen ist. Das können wir zweifelsfrei feststellen. Es ist nämlich da, wo es ist. Und dieser Prozess des Salzaufstiegs kommt durch zwei Möglichkeiten zum Ende oder findet nicht mehr statt. Die erste Möglichkeit ist, dass das Salz, was sozusagen vorerst im Kissen am Fuße des Salzstocks gebildet und angesammelt hat, dass das zu Ende geht. Das heißt, es fließt kein Salz mehr nach, was weiter aufsteigen kann. Dann ist natürlich dieser Prozess beendet und die zweite Möglichkeit ist, dann findet keine Nettobewegung des Salzstocks mehr statt, wenn er oben genauso schnell aufgelöst wird, wie von unten Salz nachfließt. Wie das jetzt genau an diesem Salzstock aussieht, kann ich nicht beantworten. Es kann sein, dass hier noch geringe Bewegungen stattfinden, es kann aber auch sein, dass er schon sozusagen ruht und sich nicht mehr weiter bewegt. Dafür ist es notwendig, dass man hier im Einzelfall die ganzen Salzstöcke betrachtet und dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durch uns passiert. Auch hier werden wir natürlich unsere Daten im weiteren Verfahren scannen und auch weiter abfragen, ob wir hierzu Informationen kriegen können. Genau, das kann ich noch mal das bestätigen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens bis zum Zwischenbericht Teilgebiete war das einfach noch nicht Teil der Aufgaben, die wir hatten. Wir haben eine Vielzahl von Daten vorliegen. Wir müssen sie jetzt, da kommen wir zum Thema Zukunft, wie wir weiter vorgehen werden. Wir müssen jetzt noch sehr viel detaillierter uns die Gebiete ansehen und das sind all diese Punkte werden wir damit einarbeiten und das ist eine klare Aufgabe für die Zukunft, dass wir uns diese Fragen Stellung annehmen. Okay, ja, das war ja die perfekte Überleitung zur Zukunft, also zur Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir haben diese 90 Teilgebiete, die machen 54 Prozent der Landesfläche aus. Wir müssen das deutlich reduzieren, um zu Standort Regionen zu kommen, die man dann oberirdisch erkunden kann. Wie geht es da weiter? Ja, genau, das sind jetzt im nächsten Schritt, im Schritt zwei geht es jetzt darum, dass wir aus den Teilgebieten, wir haben 54 Prozent von Deutschland ausgewiesen, dass wir jetzt zu Standort Regionen kommen. Dafür werden wir neue Schritte gehen. Wir sind jetzt gerade in der Planung. Was und die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien nochmal im Detail. Und hinzu kommt dann auch nochmal neu der Paragraf 25, das sind die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien, die angewendet werden können, um Gebiete, die noch nicht durch geowissenschaftliche Abwägung eingeengt wurden, die können mit den planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien weiter eingeengt werden. Das sind dann zum Beispiel Kriterien wie Nähe zur Bebauung, Nähe zu Städten, Trinkwasservorkommen, Kulturgüter, Naturschutzgebiete, all diese Dinge, die auch Menschen natürlich, wo sie selber eher betroffen sind, die können dafür genutzt werden. Und wenn wir diese Standortregion eingeengt haben, also weiter verfeinert haben, das Gebiet, dann ist das Ziel mit der Übergabe der Standortregion, dass wir dann auch Erkundungsprogramme für die überträgige Erkundung, das ist dann der nächste Schritt, die Phase zwei, die überträgige Erkundung mit vorlegen, über die dann auch von unserer Aufsichtsbehörde abgestimmt werden muss oder die auch Korrekturen vornehmen kann oder vorschlagen kann. Und dann geht es dann in der nächsten Phase weiter, dass wir in die Erkundung gehen. Was wir jetzt im nächsten Schritt auf jeden Fall noch machen, ist, dass wir erst noch einmal vor der Erkundung weitere Daten abfragen werden, so wie wir es bisher auch gemacht haben, für die Ausschlusskriterien, die Mindestanforderungen, die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Wir treten noch einmal an die staatlich-geologischen Dienste, an die Landesdienste, die geologischen, heran und werden nochmal jetzt gebietspezifisch, was wir vorher für ganz Deutschland gemacht haben, gebietspezifisch nochmal neue Daten anfordern. Darum geht es vor allem, um auch gerade diese acht Kriterien, die wir mit den Referenzdatensätzen bewertet haben, um diese Kriterien jetzt mit gebietspezifischen Daten zu füttern und besser bewerten zu können. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann beginnen wir mit der obertägigen Erkundung in der Phase zwei und beginnen dann auch selbst Daten zu erzeugen und die Gebiete genauer zu untersuchen. Okay, und wie geht es dann weiter? Genau, wir starten die obertägige Erkundung, werden die Standorte, die Regionen, die wir uns ausgesucht haben, von denen wir immer noch glauben, dass sie günstig sind, die werden wir obertägig erkunden und zum Ende hin geht es dann dazu weiter, dass wir dann von den Gebieten, wo wir immer noch der Meinung sind, dass sie günstig sind, in die untertägige Erkundung übergehen. Das ist dann schon eine aufwendige Erkundung, die wir nur noch für wenige Standortregionen machen werden, für wenige Standorte. Und diese untertägige Erkundung dient dann dazu, das Gebiet wirklich ganz detailliert zu erkunden und dann spätestens zum Abschluss der untertägigen Erkundung werden dann auch für sämtliche Referenzdaten, die wir jetzt noch nutzen, spätestens dann müssen für sämtliche Referenzdaten wirklich gebietspezifische ortsbezogene Daten vorliegen. Und zum Abschluss dieser untertägigen Erkundung werden wir dann den Standortvorschlag an das Parlament übergeben. Hier würde ich nur ganz kurz gerne einwerfen noch, dass auch der Bundestag schon zweimal davor entscheidet und zwar am Ende der Standortregionen, also Ende Phase 1 und Ende Phase 2, also mit der Übermittlung, wir geben Vorschläge für die übertägige Erkundung ab und hier entscheidet das Parlament, welche Gebiete erkundet werden sollen und das gleiche findet auch nochmal statt zwischen übertägiger und untertägiger Erkundung. Okay, und jetzt schiebe ich einen kleinen Werbeblock ein zur Fachkonferenz Teilgebiete, das passt nämlich eigentlich perfekt zu dem, was jetzt vor uns liegt. Was wir hier machen, ist ja Information, Diskussion, wir versuchen irgendwie in diesen schwierigen Zeiten, wo es keine Präsenzveranstaltungen geben kann, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Das ist das, was wir machen als Bundesgesellschaft für Entlagerungen. Es gibt auch noch eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung, die im Standortauswahlgesetz vorgesehen ist. Dafür sind nicht wir verantwortlich, sondern das ist unsere Rechtsaufsicht, das Base und das organisiert die Fachkonferenz Teilgebiete oder schafft den Rahmen, sollte man vielleicht besser sagen, für die Fachkonferenz Teilgebiete, die sich dann selber organisieren darf. Es hat vor zwei, drei Wochen eine erste Auftaktveranstaltung in Kassel stattgefunden mit mehreren hundert Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland, Bürgerinnen und Bürgern, WissenschaftlerInnen, Vertretern von Kommunen. Wir haben den Zwischenbericht Teilgebiete vorgestellt, haben über 450 Fragen und Beiträge mit nach Hause genommen, die wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen beantworten werden. Das war aber nur die Auftaktveranstaltung. Im nächsten halben Jahr, also im ersten Halbjahr 2021, werden insgesamt an drei Terminen wird diese Fachkonferenz Teilgebiete tagen und wird entscheiden, was sie diskutieren möchte, was sie von uns hören möchte, was sie mit uns besprechen möchte und wird am Ende, das ist unsere Hoffnung, uns ein dickes Dokument mit ihrem Beitrag und ihren Empfehlungen und ihren Stellungnahmen übergeben, die wir dann im weiteren Verfahren zu berücksichtigen haben. Also ein ganz spannendes Format, zu dem wir ja sie gerne aufrufen, wenn sie sich für das Thema interessieren und sich da detaillierter einbringen möchten, gerne daran teilzunehmen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir einen Termin sogar als Präsenzveranstaltung machen könnten, das wäre ganz toll und dann können wir uns vielleicht statt in der virtuellen Welt oder der digitalen Welt auch einmal in der echten Welt treffen und die Themen miteinander besprechen und diskutieren und ja das nur der Beginn dieser förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung und in den weiteren Verfahren, in den weiteren Schritten wird es da weitere andere Formate geben, das heißt, wenn sie Interesse haben, können sie sich da über einen längeren Zeitraum entsprechend einbringen. So viel vielleicht zur Fachkonferenz Teilgebiete, finden sie auf jeden Fall die Termine und weitere Informationen alles im Internet. So, wir haben hier noch ein paar Fragen. So, es gibt noch eine Frage, die rekurriert auf eine andere Frage. Entschuldigung, wurde meine Frage nach den Veröffentlichungen beantwortet. Hab ich das verpasst? Dann schaue ich mir das im Video nachher noch mal an. Das kann auch gut sein, dass diese Frage uns untergegangen ist. Dann müsste ich jetzt noch einmal hochscrollen. Ah, das ist die Frage der Untersuchungsräume. Nee, die haben wir noch nicht beantwortet. Danke für die Erinnerung. Wir waren ja beim Verfahren und da gibt es eine konkrete Frage zu den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und die Frage lautet, ihr werdet Untersuchungsräume definieren und dann Standorte zur obertägigen Erkundung. Werdet ihr die Untersuchungsräume veröffentlichen, bevor ihr die Standorte veröffentlicht? Ich fange mal an und bitte auch meinen Kollegen um Ergänzung. Das ist durchaus richtig. Also jetzt im Zuge der vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchungen werden wir Untersuchungsräume ausweisen. Das heißt, das wird sozusagen nochmal ein bisschen eine feingliedrigere Einheit sein, in der diese Teilgebiete untersucht werden. Das kann man sich vielleicht ein bisschen damit erklären, wenn man sich beispielsweise Ton- und Kristallingebiete ansieht. Die sind sehr groß und es ist im Prinzip nahezu unmöglich bis hin, also es ist nicht zielführend, wenn man jetzt numerische Modellrechnungen über halb Deutschland macht. Dann müsste man sozusagen dieses Gitter, in dem diese Rechnungen stattfinden, müsste man so grob wählen, dass das einfach so groß ist, dass es keine sinnvollen Werte mehr gibt. Deswegen haben wir da die Möglichkeit, das in kleinere Untersuchungsräume einzugrenzen. Was auch in dieser neuen Sicherheitsrechtsverordnung mit drin steht, ist, dass diese Teilgebiete komplett durch Suchräume abgedeckt sein müssen. Das heißt, Suchräume in Summe müssen wieder das Teilgebiet ergeben. Wir können hier nicht einfach irgendetwas weglassen. Wie diese Suchräume aussehen, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das ist jetzt Gegenstand einer eigenen Abteilung bei uns, zu der ich nicht gehöre. Von daher ist hier auch anzumerken, dass ich kein Fachmann bin. Aber auch hier sind die Kollegen gerade dabei, Konzepte dazu zu entwickeln, wie diese vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen angewendet werden, wie diese Rechtsverordnung umzusetzen ist und auch wie diese Suchräume aussehen. Jetzt war noch ein Teil der Frage, ob wir diese Suchräume veröffentlichen werden, bevor wir die Standorte veröffentlichen. Und ich glaube, da ist ein kleiner Dreher reingekommen, Standorte veröffentlichen wir gar nicht, weil es die erst am Ende geben wird. Also wir werden nur einen Standort am Ende haben. Ich vermute mal, es geht um Teilgebietsregionen, Standortregionen. da kann ja, sie haben einen gefunden. Das tut uns immer ein bisschen weh, weil das natürlich schon ein bisschen ärgerlich und gleichzeitig sind wir aber, haben wir schon gesagt, dankbar dafür, weil am Ende macht uns das besser und hilft uns im weiteren Verfahren. Insofern, vielen Dank, dass Sie den Fehler aus uns herausgekitzelt haben und wir werden uns damit beschäftigen und unsere Ergebnisse dann einerseits in diesem benannten Dokument natürlich zusammenfassen und auch im Kommentar unter dem Video zu diesem spezifischen Fehler noch einmal Stellung nehmen. Eigentlich ging es jetzt aber um die Untersuchungsräume und was wir wann, wo definieren und veröffentlichen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das ist noch ein bisschen früh für uns. Wie gesagt, wir haben gerade diesen Zwischenbericht fertiggestellt und veröffentlicht und sind jetzt mit sehr viel Personal auch dabei, den deutschlandweit in diesen Online-Sprechstunden zu kommunizieren und ja, viele mussten jetzt einfach auch mal ein bisschen durchpusten und ein, zwei Tage Urlaub nehmen und jetzt sitzen die Teams parallel daran, die Zukunft zu planen, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt schon den detaillierten Masterplan für die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre haben, wie es im Detail weitergehen soll. Wenn wir den zugegebener Zeit haben, werden wir das sicherlich auch kommunizieren, aber dann brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld, bevor wir jetzt hier irgendwie unseriös irgendwas aus der Hüfte schießen und nachher das Ziel dabei verfehlen. So, es gab aber noch eine andere Frage, also erst mal Dank für die Erinnerung, dass es diese Frage gab, die wäre mir sonst ehrlich gesagt durchgerutscht und das wäre zwar im Nachgang der Regie aufgefallen, wir hätten das vielleicht im Nachgang bearbeitet, aber so konnten wir das in der Online-Sprechstunde machen und das ist ja viel besser. So, wir haben noch Fragen, gibt es in Bezug auf die herrschenden Druckverhältnisse eine optimale Tiefe unter Tage im Wirtsgestein Steinsatz. Steinsalz, ab welcher Tiefe ist der Betrieb eines Endlagers nicht mehr sinnvoll? Ja, würde ich gerne darauf antworten. Also gibt es die optimalen Tiefe für die Druckverhältnisse, das ist immer, das hängt auch von anderen Faktoren noch ab, also das ist, das kann man jetzt nicht so allgemein sagen, weil das auch ortspezifisch nochmal variiert. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ab welcher Tiefe ist der Betrieb nicht mehr sinnvoll? Das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Mit zunehmender Tiefe ist ganz klar, mit zunehmender Tiefe nimmt der Gebirgsdruck zu, mit zunehmender Tiefe nimmt vor allem aber auch die Temperatur zu, durch den geothermischen Gradient. Und die eingebrachten Behälter mit dem radioaktiven Abfall haben schon eine hohe Temperatur und da muss man auch diese Temperatur muss man entsprechend verteilen und ableiten. Und darauf basiert, dass natürlich unter Tage ab einer bestimmten Tiefe auch der Betrieb eines Bergwerks vor allem erst einmal nicht mehr sinnvoll ist. Da, ja, die Bewetterung wird immer aufwendiger. Da müssen ja auch Leute arbeiten. Das ist alles recht kompliziert. Wir haben uns dafür entschieden, die Mindestanforderung, die, wo mindestens 300 Meter Tiefe gefordert ist, dass wir unseren Suchraum auf 1500 Metern unter Geländeoberkante ausweisen. Und bis zu dieser Täufe haben wir nach Würzgestein gesucht. Das heißt, die 1500 Meter ist für uns die angenommene realistische Grenze, bis wohin wir es für sinnvoll erachten, noch ein Endlagerbergwerk aufzufahren. Okay, der Grund wäre aber die Temperatur und nicht der Druck, richtig? Es ist die Kombination tatsächlich. Also in erster Linie ist es tatsächlich die Temperaturen, aber na klar, auch der Gebirgsdruck nimmt immer weiter zu und macht natürlich auch dann, ist es sehr viel aufwendiger, ein Bergwerk aufzufahren. Es ist natürlich, wir haben das für alle drei Würzgesteine gleich betrachtet und klar, Steinsalz ist unproblematischer, um ein Bergwerk zu errichten. Es hat eine Eigenstabilität, das hat zum Beispiel Tongestein überhaupt nicht und in einem noch größeren Täufen in einem Tongestein ein Bergwerk aufzufahren, wäre extrem aufwendig und extrem große Ausbaumaßnahmen wären da benötigt. Also das macht keinen Sinn mehr. Okay, was ich da vielleicht noch kurz ergänzen würde, das hat mein Kollege ganz kurz erwähnt, aber wenn das Nebengestein schon eine höhere Temperatur hat, wie es mit der Tiefe zunehmend, es wird immer wärmer. Das heißt, den wärmeentwickelnden Abfall, den wir reinbringen, da ist im Standortauswahlgesetz festgeschrieben, dass die die Außentemperatur der Behälter die 100 Grad nicht überschreiten sollen. Da pendelt sich ein Gleichgewicht ein. Irgendwann bei einer gewissen Temperatur wird einfach die Wärmeabfuhr genauso groß sein, wie die neue Wärme aus den Abfällen. Und jetzt muss man sozusagen, um diese Temperatur unter den 100 Grad oder bei maximal 100 Grad zu halten, muss man, je tiefer man kommt, also je wärmer das Nebengestein ist, desto weiter muss man die Abfallbehälter auseinanderstellen, beziehungsweise desto weniger Müll kann man, oder desto weniger dicht kann man diese Abfallbehälter beladen. Unterm Strich hat es auf jeden Fall dann zum Ergebnis, dass je tiefer wir kommen, also je wärmer das Nebengestein ist, desto größer muss auch dieses Endlager werden. Und wie mein Kollege schon richtig gesagt hat, wenn dann auch noch der Druck zunimmt, wird das immer schwieriger. Und hat er auch richtig gesagt, der Ausbau wird immer intensiver und hier spielt dann irgendwann auch ein Sicherheitsgedanke rein. Weil mit jedem zusätzlichen Arbeitsaufwand, mit jedem zusätzlichen Arbeitsschritt, mit jedem zusätzlichen Meter, den man weiter vortreiben muss, da kommt jedes Mal die Möglichkeit rein, dass was schiefläuft oder dass hier ein Material, menschlicher Fehler, was auch immer stattfindet. Und wir möchten ja ein möglichst sicheres Endlager haben. Und je größer man das Endlager baut, desto mehr potenzielle Fehlerquellen hat man in diesem Endlager. Deswegen ist es irgendwann auch nicht mehr so zielführend, ein riesengroßes Endlager bergbergauf zu fahren, was man machen müsste in großer Tiefe. Ja, das waren ja nochmal spannende Einblicke. Dafür, ich habe eine letzte Frage, die muss ich glaube ich selber beantworten. Werden per Mail eingesandte Fragen auch per Mail beantwortet? Und wo genau auf Ihrer Homepage werden die gestellten Fragen öffentlich dokumentiert und wann? Zum ersten Teil der Frage. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben zu den Online-Sprechstunden, zu einer spezifischen Online-Sprechstunde und wir es schaffen, die Frage im Rahmen der Online-Sprechstunde zu beantworten, dann schicken wir Ihnen nicht noch einmal eine E-Mail, außer Sie haben Nachfragen. Wenn Sie uns eine E-Mail fragen, allgemein zum Thema Endlagerung oder zu einem Teilgebiet, aber sich nicht spezifisch auf den Termin einer Online-Sprechstunde beziehen, dann kriegen Sie auf jeden Fall eine Zwischendachricht erstmal per Mail, zeitnah, dass die eingegangen ist und dann nachfolgend eine weitere E-Mail mit der Antwort. Wir dokumentieren nicht alle Antworten auf unserer Homepage, weil das sehr, sehr viele sind und sie zum Teil auch sehr spezifisch sind und vielleicht nicht für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind. Wir dokumentieren aber Antworten, von denen wir finden, dass sie vielleicht für alle interessant sind. Das finden Sie auf unserer Webseite unter bge.de und ich muss es mir jetzt selber ehrlich gesagt einmal aufmachen, nicht, dass ich Ihnen was Falsches erzähle und da finden Sie das unter der Endlagersuche und dann ist das der zweite Punkt von unten, Fragen und Antworten. Das ist zweigeteilt, das sind einmal allgemeine Fragen und Antworten zur Endlagersuche und Sie finden dort Fragen aus der Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz Teilgebiete. Die Beiträge und Fragen aus der Auftaktveranstaltung zur Fachkonferenz, die sich an uns richten, es gibt ja auch Fragen, die sich an das Basel richten, die werden wir vollständig auf dieser Webseite dokumentieren und beantworten und ja bei den allgemeinen Fragen und Antworten, das sind so die Fragen und Antworten, die uns am häufigsten erreichen und ja von denen wir glauben, dass sie für viele Bürgerinnen und Bürger interessant sind, die sind dort in dieser Kategorie zusammengefasst. Ja, so viel vielleicht heute zum Teilgebiet 022. Ich darf mich einmal bei meinen Kollegen ganz herzlich bedanken für die Teilnahme und dafür, dass ihr fachlich zur Verfügung standet und ja bei Ihnen herzlichen Dank für die rege Beteiligung, das hat richtig Spaß gemacht, das ist immer schön, wenn wir viele Fragen bekommen, Sie haben einen Fehler aus uns herausgekitzelt, den werden wir jetzt nochmal intern aufarbeiten und dann korrigieren und auch sonst gab es ja viele unterschiedliche Fragen, ich habe auch was dazu gelernt, ja vielen Dank, schönen Abend und wir hoffen und würden uns freuen, wenn Sie das Verfahren weiter kritisch begleiten. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.